Tagesimpuls 1111 Tor Sankt Martins Tag Geteiltes Leid ist halbes Leid Durch das Teilen des Mantels brachte er Wärme für die andere Person Und die heutige Botschaft Peace is on to you As my father had sent me Ich habe den Frieden auf Erden durch die Sendung meines Vaters gebracht oder ich erbringe sie Das ist eine alte Übersetzung Und hier kommt die Tagesbotschaft Heute im großen 1111 Tor die Liebe herausströmen lassen Lass die Liebe aus deinem Herzen herausströmen Durch diese Toröffnung der Sonne und des Mondes wird uns eine neue Richtung vorgegeben im 11er Tor So habe ich das jetzt reinbekommen Stabilität durch Zusammenwirken in dieser Kraft der Liebe Gedeiltes Leid ist halbes Leid Und ich bin heute Nacht um 1.01 Uhr aufgewacht ohne Schmarrn Und die Elf ist die Gerechtigkeit, die uns jetzt zuteil wird Durch unsere Herzöffnung erbringen wir diese Gerechtigkeit In uns auf Erden und im Miteinander Ich wünsche einen wundervollen Sankt-Martins-Tag Und nutze dieses 1111 Tor ganz bewusst Um dein Herz ganz weit aufzumachen Namaste liebe Seelen Und ich bin Claire Und ich bin Claire Und ich bin Claire